Piraten. Genre? Adventure. Plattform? Könnte ich mal. Bleib beim PC. Marketshare 25%. Ich bleib bei meinem PC. Bin ich jetzt eigen? So, Game Engine, Quake Engine. Und du bist? Monkey Island. Next. 2D-Grafik ist okay. Also wahrscheinlich sollte ich immer auf dem gehen, der gerade den höchsten Marktanteil hat. Aber ich hoffe mal, dass er sich langfristig irgendwie auszahlt. So, was haben wir denn da? Monkey Island hat ein cooles... naja, wollen wir es nicht übertreiben. Es ist unterhaltsam. Es ist keine gute Story. Ja, ist okay. Okay. Oh Mist, ich hätte was anderes anklicken können. Auf der rechten Seite waren so eine Dinger zum Auswählen. Ah, Mist. Hier ist jetzt nichts zum Auswählen. Okay. Level Design. AI brauchen wir fast gar nicht. Dialoge sind wichtig. So. Gib mir Geld. Gib mir mehr Geld. Okay. Das ist gleich aus dem Markt raus, denke ich. So, Mono Sound ist okay. Das können wir so ausbalanciert lassen. So. Und das Spiel ist gleich fertig. Ja. Z hat 73.000 generiert. Also ähnlich wenig wie Space Invader. Und IFTB Holder. Pong war das einzige, was wirklich gut was gebracht hat. Aber wahrscheinlich nur, weil es zum Tutorial gehört hat. So, Bugs alle weg. Bug, 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 weg. Wir sind schon im Jahr 2 von 30. Neuer Rekord, neue Rekord, neue Kombo, Riesen-Kombo, Super-Kombo. Mal gucken, wie die Kritiken werden. Level Up dauert und meine ganze Ecke. 2D-Grafik haben wir erhöht. Release. So, schon mal. Contract Work. Contracts sind eine gute Möglichkeit, extra Cash zu generieren, falls man wenig Geld hat. Oh. Und es generiert ebenfalls Forschungspunkte. Contracts brauchen es, dass man eine bestimmte Menge an Design- oder Technologiepunkten erwirtschaftet, bevor der Timer ausrennt. Oh. Man sollte vorsichtig sein, was für einen Contract man auswählt, denn wenn man es nicht schafft, muss man Strafen zahlen. Okay. Was gibt's denn da so? Insgesamt 19, insgesamt 22, 19. Playtest. Playtest kann nicht schwer sein. Okay, das machen wir nochmal. Und Monkey Island. Komm schon, komm schon. Ah, sehr schön. Sieben ist gut. Und sie lieben es. Ja, das wird eine Geldsau. Piraten und Abenteuer sind eine super Kombination. Keine Zustimmung. Gutes Spiel. Ja, das wird Kohle bringen. Kohle, 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 Kohle. Manche werden mich verhassen, aber das passt einfach. So, äh, schon 12.000 Stück verkauft. Und das Playtesten war auch erfolgreich. Und Jason ist wieder da und er bedankt sich, dass wir so gute Arbeit geleistet haben. Er hat alle sechs Monate einen neuen Contract für uns. Wir hätten gerne Forschung. Research. Und zwar New Topic. Rennsimulation. Research. Und die Zahlen gehen nicht immer runter. Da sind sie nochmal wieder hochgegangen. Hier gehen sie wieder hoch. Oh, sehr schön. Und mehr Fans. Wir können jetzt ein Steering Wheel entwickeln. Was haben wir noch so? Gamepad Steering Wheel. Nö. Ich Action Racing. Plattform. Immer noch PC. Vielleicht schaffen wir es auch dadurch, dass wir so tolle Spiele entwickeln, dass der Marktanteil von PC größer wird. Man darf hoffen, ha? Okay. Spiele Engine ist immer noch die Quake Engine. Äh, ein Rennspiel. Rennspiele sind nicht wirklich mein Ding. Aber ich erinnere mich noch auf ein Super Nintendo ein Spiel. Das war genau. Rock and Roll Racing. Das war geil. Können wir den Gegner abschießen. So. 2D Grafiken. 30.000 können wir uns leisten. Fangen wir an. So. Monkey Island verläuft sich langsam. Story kann weg. So. Achso. Safe Games. Und eine kleine Story. Die habe ich letztes Mal vergessen gehabt. Und trotzdem ist Monkey Island so ein Hit geworden. Also ja, jetzt nicht mehr. Aber das passt schon. So. Intelligenz kann hoch. Dialoge können runter. Level Design und AI. Ah. Monkey Island ist weg. Hat 179.000 generiert. Im Vergleich zu den 73.000 von den vorherigen Spielen. Echt schick. Sauer. So. Mono Sounds ist okay. Das kann ruhig so ausbalanciert bleiben. Jo. So. 3 Bugs. Ist nicht viel. Okay. 4 Bugs. Weg. 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 Ich werde kein Spiel rausbringen mit Bugs. Das für die TES Konsole bricht alle Grenzen. Ich liebe die Spiele, die es mit der TES gibt. Und mit einem Controller zu steuern macht so viel mehr Spaß als mit einem Keyboard. Ich habe doch alle keine Ahnung. So. Finish. Okay. Gute Erfahrungspunkte. Neues Topic. Neue Combo. Gameplay. Balten. Level ab. Wir könnten uns ja auch von vornherein nur auf ein Genre quasi fixieren. Also ja, das gibt nicht so tolle Boni. Aber unsere Levelsteigernden kann ich schön mal überlegen. Aber ne. Also jetzt beim ersten Playthrough. Also ich denke jetzt schon mal zweites Playthrough nach. Äh. Es ist eigentlich ein Letztest Gerogon. Nein. Es ist kein Letztest mehr. Das ist jetzt sowas von kein Letztest mehr. Das macht richtig Spaß. Also auch so wieder zurückdenken, was für Spiele es damals gab und so. Das macht irre Laune. Also das spiele ich auf jeden Fall bis Jahr 30 durch. Und eventuell im zweiten Playthrough konzentriere ich mich dann auf eine Sparte. Um dann zu gucken, was denn da rauskommt. An so anderen Sachen. Also Release Game. Stopp. Forschung. Auch schon die ersten Reviews. Eins der besten Rock'n'Roll Racing Spiele. Der Fokus auf die Engine hat ihm gut getan. Lieben ist. GameHero so lebt ihm die alles. Okay. Beinahe perfekt. Oh, das höre ich doch gerne. Geld? Äh, warte. Nein, nein. Kein anderes Spiel. Ich wollte eigentlich forschen. Forschen. New Topic. Äh, Fantasy. Research starten. Und gucken, wie viel Kohle wir kriegen. Bam. Platz 12. Sehr schön. 312. 12.000. Wir haben inzwischen schon 750 Fans. Und Fantasy wurde researched. Dann hätte ich doch mal gerne. Äh, neues Spiel. Neues Topic. Fantasy Genre. RPG. Plattform PC. Game Engine. Immer wenn wir keine neuen Sachen haben. Weil ich halt kein Gamepad und Steering Rear und was weiß ich entwickeln will. So, also ein Fantasy RPG. Eigentlich war Eye of the Beholder Fantasy und nicht, äh. Oh, Wappen, was war denn nicht Fantasy? Medieval. Mist. Weges davon war jetzt neu. Ich glaube, Medieval hatten wir vorher schon. Also ja, Eye of the Beholder wäre eigentlich Fantasy und nicht Medieval. Medieval. Also ohne großartig Zauberei und so ein Rollenspiel fällt mir jetzt nicht so ein. Jedenfalls nicht aus dieser Zeit. Ne, dann mache ich daraus ein Strategiespiel. Und dann ist es John Dark. Das war auch ein recht altes Spiel, wo man halt John Dark spielt und Burgen erklimmen muss. Also an Leitern hochklettern, aber auch die Armee versorgen. Das war echt interessant. Das war auch eins meiner ersten Spiele gewesen. Also muss das irgendwann Ende der 80er gewesen sein. Passt also. 2D-Grafik ist okay. So, Story Quest ging so. Das lassen wir an. Wir haben schön viele Research-Punkte. Ich hätte gerne mal irgendwas, das an unsere Nische so reinpasst. Dialoge könnten ruhig ein bisschen höher. So. Jetzt schon 4 Bugs. 5 Bugs. Wahrscheinlich je komplizierter das Ganze ist, also mit diesen Dingern hier, desto mehr Bugs können sich einschleichen. Würde jedenfalls Sinn machen. Weltdesign muss nicht so groß sein. So. Rock'n'Roll Racing läuft immer noch, auch wenn es nicht sehr hoch ist. Und Rock'n'Roll Racing ist raus. 212.000. Studien suggerieren, dass die erhöhte Anzahl an Spielkonsolen und dergleichen einen Markt für spezialisiertere Spiele erschließt. Manche Plattformen sind eher für jüngere Zuschauer. Andere sind eher für ältere. Kann ich absolut unterschreiben. Da jetzt mehr und mehr Developer den Markt betreten. Es ist wichtig, dass man sich auf eine bestimmte Richtung spezialisiert. So wie ich mit meinem Kanal ja auch. Also sollten wir vielleicht echt jetzt mal auf eine Nische gehen. Hm. Und wir haben ein neues Research Zielgruppe. Erstmal kurz die Bugs raushauen. Dann das Spiel finishen. Oh, wir können das Spiel noch weiterentwickeln. Ich hätte gar nicht finish drücken müssen. Ich hätte einfach weiter an dem Spiel basteln können, so nebenbei. Dass es eine höhere Wertung kommt und mehr Geld bringt. Okay. Gameplay Level Up. AI Level Up. Geh rüber ein Level Up. Release Game. Bessere AI. Und schon haben wir neue Sachen zu researchen. Ich hätte gerne Zielgruppenforschung. Und die ersten Reviews müssen gleich reinkommen. Genau. Für Jean Dark. Und sechs. Nicht so toll. Sechs. Sieben ist okay. Fünf. Ab und an mal Spaß. Aber wir haben genug Geld, um jetzt ein bisschen Forschung zu betreiben. Und dann ist unser nächstes Spiel hoffentlich besser. Oh. Ja, nachdem jetzt dieser massive Erfolg von der TES-Konsole herausgekommen ist, gibt es ein Gericht über Wena. Eine andere japanische Firma, die ebenfalls eine Spielekonsole entwickeln will. Das wird dann wohl Sega sein, ha? Sega Mega Drive. Hat auch ein paar nette Spiele. Kann man nicht sagen. So. Zielgruppenforschung. Nächstes. Research. Bessere AI. Forschen. Noch haben wir 320.000. Also eigentlich könnten wir jetzt eine ganze Weile forschen. Aber uns gehen die Sachen aus. Genau. Bessere AI. Haben wir jetzt noch was? New Topic. Also er hatte zwar vorhin was gesagt, dass man sich auf eine Zielgruppe festschießen sollte. Aber ich denke mal, das hat mit dem Genre nichts zu tun. Und ich hätte schon gerne alle Genres später freigeschaltet. Also nehme ich jetzt mal Science Fiction. Und in einem zweiten Anlauf könnten wir dann einen Spieleentwickler machen, der nur für Konsolen herstellt und nur RPGs macht oder sowas in der Richtung. Ja. Und der Sega Mega Drive ist draußen. Die Firma gibt an, dass ihr Master 5 technisch dem TMT erst weit überlegen ist. Mhm. 6. 10. 10. 11. Vielen Dank.